So. Ja, Tag 1 der 60-Tage-Challenge. Wieder das A. Da bin ich jetzt noch nie so basiert. Ja, bin wie immer eigentlich schon wieder mittendrin im Spiel. Ich meine, je besser man wird, desto mehr Freude hat man auch selber daran. Schau dir das an, Mann. Ganz klar, der Fortschritt ist wirklich jeden Tag spürbar. Und wer Erfolg hat, der hat auch Spaß beim Spielen. Ja. Ja.